Flex, Vorlagewinkel, Innenschuh, Schaftrotation, Freeride-Schuhe, All-Mountain, what the f***? All die, die dieses Jahr einen ersten Schritt mit den Ski den Bergen hinauf machen wollen und sich bei diesen Begriffen denken, bitte was? Für die geht es heute im Bergsteigengrundlagenkurs Nummer 10 um das Thema Tourenskischuhe. Mit den Skiern den Berg hinauf gehen, das ist ein ganzes Thema für sich. Doch vor allem der Schuh, der muss wirklich sitzen, denn sonst sind erfolgreiche und vor allem schöne Skitouren absolut unmöglich. Ein drückender, blasenverursachender oder gar zu kleiner oder zu großer Tourenskischuhe kann ein ganzes Hobby versauen. Und noch dazu sind diese Dinger richtig teuer. Damit in diesem Begriffsgulasch jetzt etwas Ordnung hineinkommt, schauen wir uns das Prinzip Schritt für Schritt an. Ein Tourenskischuhe ist von der Idee her nichts anderes als ein Skischuhe, der in eine andere Bindung hineinkommt. Eine sogenannte Tourenski-Bindung. Diese Bindung lässt den Schuh vorne ordentlich einrasten und hinten kann man die Ferse aber weiterhin anheben, wenn die Einstellung der Bindung dementsprechend richtig ist. Damit können wir uns mit den Skiern an den Beinen so bewegen, als würden wir normal gehen. Wollen wir dann noch runterfahren, dann rastet der Schuh auf Wunsch hinten in der Bindung ein. Zur Bindung sprechen wir uns aber mal ein anderes Mal noch detaillierter. Die zweite coole Eigenschaft des Tourenskischuhs im Vergleich zum normalen Skischuh ist ein Mechanismus an der Rückseite des Schuhs. Wenn man sich das nämlich im Detail ansieht, sieht man einen Hebel, der nach oben oder nach unten geklappt werden kann. Ja, und was bringt das? Eine ganze Menge. Der Tourenskischuh ist grundsätzlich nämlich eigentlich zu weich und zu flexibel, um als Skischuh vernünftig zu funktionieren. Man will ja schließlich vernünftig gehen können. Deshalb haben die Tourenskischuhe diesen Hebel, der den Schaft des Schuhs fixiert. Nun bewegt sich der Schaft eben nicht mehr und der Schuh ist bereit für eine sichere und rasante Abfahrt. Wobei, dass er sich gar nicht mehr bewegt, der Schaft, das stimmt auch nicht so ganz. Wäre da nicht der sogenannte Flexwert? Was ist denn das schon wieder? Der Flexwert gibt an, wie beweglich der Schaft nach vorne hin ist, wenn er im Fahrmodus ist. Da gibt es im Prinzip alles von 40 wie in einem Sneaker bis hin zu bei 130 kmh merke ich noch immer nichts. Beim Skitourenschuh ist die Mitte im Prinzip nie verkehrt. Und wer den Fokus besonders auf Aufstieg oder Abfahrt legt, legt sich besser Schuhe mit einer Tendenz entweder in mehr Flexibilität oder eben mehr Steifigkeit zu. Doch gerade wenn es um den Aufstieg geht, ist ein Weit eigentlich noch viel interessanter. Nämlich die Schaftrotation. Die Schaftrotation beschreibt die Beweglichkeit während dem Aufstieg in deinem Schuh. Eine hohe Gradzahl, also Zahlen jenseits der 60 Grad, sind sehr beweglich und dynamisch. Sie ermöglichen einen flotten Aufstieg, ohne das Gefühl festzustecken oder eingeschränkt zu werden. Zahlen gleich oder unter 60 Grad sagen aus, dass der Schuh wenig Bewegungsspielraum bietet. Meistens ist das bei Schuhen mit vielen Schnallen der Fall. Doch dazu komme ich gleich noch. Denn wenn wir schon bei seltsamen Begriffen sind, dann sollten wir uns auch noch mit dem Vorlagewinkel beschäftigen. Der Vorlagewinkel beschreibt nämlich die Eigenschaft im Abfahrtsmodus. Da gibt es einerseits sehr aggressive Vorlagewinkel und andererseits sehr zurückhaltende Vorlagewinkel. Wer gerne mit Vollgas die Pisten runterheizt, der wird mit einem aggressiven Vorlagewinkel mehr Freude haben. Ist man mehr so der gemütliche Hauptsache ich überlebe die Abfahrt, dann sind die Schuhe mit gemäßigtem Vorlagewinkel die bessere Wahl. Wer nun mit dem Wissen ins Geschäft rennt und sich gleich das erste Paar Tourenskischuhe zulegen will, der wird wahrscheinlich trotzdem gegen die Wand fahren. Denn etwas gibt es noch, was all diese eben genannten Begrifflichkeiten stark beeinflussen kann. Der Verschluss. Aber vor dem Verschluss muss ich noch was loswerden. Wenn euch die Infos bei uns gefallen, würden wir uns freuen, wenn ihr den YouTube-Kanal abonnieren würdet. Damit helft ihr uns sehr dabei, möglichst viele Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen. Außerdem könnt ihr gerne mal auf unserer Plattform www.alpenbackademy.at für die schriftlichen Beiträge des Grundlagenkurses vorbeischauen. Doch jetzt mit Vollschuss zum Verschluss. Verschlüsse gibt es bei normalen Skischuhen in der Regel immer nur die gleichen. Schnall. Nur wenige reine Skischuhe setzen auf andere Ansätze. Denn beim Skischuh ist etwas vollkommen egal, was beim Tourenskischuh unglaublich wichtig ist. Das Gewicht. Und Schnallen wiegen eine ganze Menge. Fast einen ganzen Kilo Unterschied gibt es bei Schuhen mit vielen Schnallen und Schuhen ganz ohne Schnallen. Das hat zwei Gründe. Schnallen sind selber erstmal ordentlich schwer. Schließlich bestehen sie aus Metall. Doch was auch oft vergessen wird, ist, dass die Schnallen noch irgendwo angeschraubt werden müssen. Und das ist in diesem Fall oder wie meistens der Fall auf gehärtetem Plastik. Und das wiegt ebenfalls nochmal eine ganze Menge. Ein Schuh ganz ohne Schnallen kann auch auf einen großen Teil der Hartplastikschale verzichten und auf leichtere Alternativen setzen. Doch wie soll denn ein Tourenskischuh ganz ohne Schnallen überhaupt zugehen? Ganz einfach. Das Stichwort lautet hier BOA-System. Ach du Scheiße. Noch ein Fachbegriff. Aber das ist halb so wild. Man muss sich das Teil wie eine normale Schuhschnürung beim Wanderschuh vorstellen. Mit einem Rad, welches die komplette Schnürung gleichmäßig fester zieht, wenn man daran dreht. Zieht man dieses Rad raus, löst sich der Zug und der Schuh ist wieder offen. Die Vorteile sind eine gigantische Gewichtsersparnis, weil einerseits kaum Metall zum Einsatz kommt und andererseits auch das ganze System auf einem weichen, leichten Plastikmantel funktioniert. Perfekt. Das nehme ich jetzt. Das denkt ihr euch vielleicht. Aber Moment. Diese ultraleichten Systeme haben auch ihre Nachteile. Erstmal die Tatsache, dass dieses BOA-System nicht vielen Füßen so richtig passen mag. Also wenn ihr euch so einen Schuh anschaut, lasst den eine ganze Weile an und untersucht ihn auf Druckstellen. Denn die BOA-Schuhe sind an den durchschnittlichen Standardfuß angepasst. Oder zumindest an das, was der Hersteller für einen Standardfuß hält. Und wenn dein Fuß, so wie mein Fuß, kein Standardfuß ist, dann können die BOA-Systeme ganz schöne Druckstellen erzeugen. Können, müssen aber nicht. Doch die Schuhe haben noch einen zweiten Nachteil. Der Flexwert dieser Schuhe ist meistens sehr meh. Also selbst wenn diese Schuhe im Abfahrtsmodus sind, sind sie in der Regel noch nicht so steif wie richtig gut solide eingestellte Schnallenschuhe. Und ja, für alle Experten. Ich weiß, es gibt mittlerweile Schuhe, die sehr nah an die Steifigkeit der Schnallenschuhe herankommen. Aber sehr nah ist halt eben nicht die Qualität von Schnallenschuhen. Dafür dienen Schuhe mit diesem System eben mit hervorragendem Gewicht und toller Agilität im Aufstieg. Sie sind also grundsätzlich eher aufstiegsorientiert. Wirkliche Alternativen zu Schnallen oder BOA-Systemen gibt es bis heute nicht so wirklich. Manche Schnallen und Schuhe im Allgemeinen schauen etwas anders aus, aber vom Mechanismus her funktionieren sie dennoch genau gleich. Eine tolle Sache muss ich unbedingt noch erwähnen. Wenn ihr einen Schuh gefunden habt, der eurer Steifigkeit, also eurem gewünschten Flexwert entspricht, und auch abseits dessen die richtigen Eigenschaften für euch mitbringt, aber vielleicht eine klitzekleine Kleinigkeit nicht so ganz passt, dann könnt ihr versuchen den Innenschuh und sogar den Außenschuh zu verformen. Das geht aber nicht einfach mit einer Zange und gutem Willen, sondern sollte am besten im Fachhandel erledigt werden. Gute Händler machen das einem normalerweise sogar kostenlos. Dabei wird der Innenschuh erwärmt und dann mit Pads an den Problemstellen angezogen. Diese Pads drücken die Engstellen nach außen und der Innenschuh behält die Form nach dem Abkühlen einfach bei. Beim Außenschuh geht das übrigens auch. Dieser wird mit einem Industrieföhn eine ganze Zeit lang ordentlich zum Schwitzen gebracht, bis er etwas flexibler wird. Dann kann man ihn in einem Straubstock eingespannt von innen heraus auseinanderspreizen. Wenn der Schuh also minimal zu schmal sein sollte, kann man damit das Problem eventuell lösen. Aber Achtung, diese Techniken sind keine Allheilmittel. Wer die Fußform Schwimmflosse hat, wird einen schmalen Schuh trotzdem nicht anpassen können. Wir reden hier von wenigen Millimetern, nicht Zentimetern. Und wie schaut es mit der Größe im Allgemeinen aus? Etwas anders als beim klassischen Bergschuh. Während man im Bergschuh vorne etwas Spiel haben möchte, um beim Abstieg nicht vorne anzustehen, sollte der Tourenskischuh ziemlich genau sitzen. Vorne sollten nicht mehr als ein paar Millimeter platt sein. Wenn man sich im Schuh in der Bindung so weit zurücklöhnt wie möglich, dann sollte der Fuß nach vorne rutschen und du solltest die vordere Wand des Schuhs mit der großen Zehe spüren können. Jedoch sollte sich dein Fuß nicht einrollen wie in einem ungemütlichen Kletterschuh. So kurz wie möglich, so lang wie nötig. Bei der Größe würde ich mich tendenziell nicht auf die klassische Schuhgröße verlassen. Da der Ansatz der Passform eine andere ist, ist in der Regel die normale Schuhgröße nicht die Lösung. Die Schuhgröße wird oftmals nämlich nicht nach den klassischen EU-Werten, also 40, 41 und so weiter gemessen, sondern in der Skala Mondo Point abgelesen. Eine Tabelle findest du übrigens unten in deinem Link in der Videobeschreibung. Zum Abschluss muss ich euch noch sagen, es geht nichts über Probieren. Gerade die ersten paar Tourenskischuhe sollten, nein, sie müssen im Handel probiert werden. Denn nur nach 20 Minuten oder mehr im Stiefel kann man wirklich vernünftig beurteilen, ob die Schuhe wirklich passen. Oder man bestellt sie online und bestellt sich halt gleich mal 12 Paar. Nehmt euch die Zeit, den Schuh, der euch gefällt, kennenzulernen und zu erkennen, ob er der richtige für euch ist. Und noch einen Tipp möchte ich euch zum Schluss noch mitgeben. Wer billig kauft, kauft teuer. Bei Tourenskischuhen gilt dieses Prinzip leider wirklich. Wer sich nach dem günstigsten Schuh orientiert, kann mit Glück tatsächlich den richtigen Schuh erwischen. Aber in der Regel muss man sich von dem Gedanken verabschieden, dass genau der günstigste Schuh auch wirklich der richtige ist. Tourenskischuhe sollte man also definitiv nicht nach dem Preis kaufen. Und so hart es klingt, man sollte lieber einen Monat länger auf den richtigen Schuh sparen, als gleich mit dem falschen Schuh zu starten. Übrigens, die Begriffe Freeride-Schuh, All-Mountain-Schuh, Aufstiegsschuh und Co. ergeben sich aus den Begriffen Flex, Vorlagewinkel und Schaftretation und den spezifischen Werten. Lasst euch davon aber nicht verwirren und beurteilt den Schuh nach euren Wunscheigenschaften und nicht nach irgendeinem coolen Überbegriff. Ein Klotz am Bein ist genauso unbequem, wenn man schnell und leicht oben sein will, wie ein super leichter weicher Schuh, mit dem man die steilsten Rinnen der Alpen abfahren will. Wenn euch dieser Grundlagenkurs gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ein Abo auf dem Kanal da lasst. Vergesst auch nicht, unser Buch auf Amazon abzuchecken, da geht es vor allem um die Entwicklung des Alpinismus in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Quasi ein bisschen Geschichte mit ein bisschen Kritik. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit, viel Spaß bei den Skitouren dieses Jahr und wie immer bergheil.